URD 2 Weil ich Zeit hab, nehm ich teil Unterlege das Turnier einfach mal nebenbei Turniere wie das URD wurden schon zigmal verkackt Denn so geil der King des URDs trifft nicht mal den Tag Und was für Mini-URD, man kann sich unterscheiden Wenn beide Turniere wack sind, folgen beide wie das gleiche Doch eine Sache, die versuch ich zu verstehen Wenn das URD wack ist, warum gibt es anders Mini-URD? Ihr versucht mit krassen Videos euren Dreck zu kaschieren Doch wenn ich nur nem Beat einreich, bin ich schon besser als ihr Bad Boys, die werden zwar billige Scheißkinder gefickt Selbst im Finale habt ihr einseelige Reime gekickt Und ihr ganzen Witzfiguren als Gegner seid ganz schwer Ich dachte zuerst, dass diese Fotze Flayfa ein Mann wär Und denk ja nicht, du Fettel bist hässlich Du bist so hässlich, du siehst aus wie Exzellen männlich Und das ist das Problem partido muss ich ehrlich sagen mean, jetzt gehen wir vor Also freuen uns, wenn du die Liebe und Herrsirit